CAPTAIN FLINT Wir waren hinter Helgoland. Unsere kleine Brick, die Seemöwe, war flott und steckte die Schnauze tüchtig ins Wasser. Ich setzte mich am Achterdeck auf die Windchen und nahm meine Handharmonika, der ich schon leidlich Töne entlocken konnte, fest zwischen beide Hände. Bisher hatte ich in Ermangelung eines solchen famosen Instrumentes nur auf einem Kamm geblasen. Ich griff in die Tastatur. La Paloma, die weiße Taube, und die See stampfte dazu. Aber mag der Himmel wissen, es wollte nichts Rechtes heraus aus dem Seemannsklavier. Was mochte es sein? Ich war auch nicht bei der Sache. Andere Gedanken drängten sich in meinem Kopf und lenkten mich ab. Einige Gedanken, die hartnäckig immer wiederkehrten, wurden bildhaft. Gestalten erschienen vor meinen Augen. Riesige Fische, Meerungeheuer, Klabautermänner und Seeräuber. Zwischen all diesen Erscheinungen drängte sich besonders ein Bild hervor. Das Gesicht der Frau Kapitänin, der Frau unseres Alten. Es sah böse aus, wurde deutlicher, drohender, eine richtige Haifischvisage und verzerrte sich schließlich zur Fratze eines vorsintflutlichen Tieres. Ich wischte mir die Augen. Ringsum machte sich eine drückende Stimmung bemerkbar. Die Masten knarrten, und der Wind pfiff so sonderbar im Tauwerk, das mir ganz ängstlich zumute wurde. Etwas Unheimliches brütete. Schlingerte unser Schiff. Ich schaute mich um. Im Kielwasser schäumte und gurgelte es. Da hielt ich es nicht mehr aus, legte mein Instrument beiseite und stürzte auf die Kajütentreppe zu. Smutje, der Schiffskoch, kam gerade heraufgepustet. Ich hütete mich wohl von der Vision, die ich gehabt hatte, zu sprechen. »Ist etwas nicht in Ordnung am Schiff?« fragte ich ihn unüberlegt und hastig. Der guckte mich nur schäl an und gab mir dummen Bengel natürlich keine Antwort. Aber ich hörte, wie er gleich darauf zum Steuermann hinaufrief. »Du, Kaspar Kornkerken! Kick ut! Ist eins in Ordnung?« Seeleute sind abergläubisch. Das Meer macht sie zu wundergläubigen Kindern. Der Steuermann knurrte nur und meinte weiter nichts dazu. Nach geraumer Zeit kam er aber doch darauf zurück. Rechts an der Reling standen Kuddel Bodderbord, Etje Garn, Johnny Schwarz und Willem Koppersmith, alles handfeste Jungen. Sie hatten die Tabakspfeifen im Mund, die Hände in den Taschen und tuschelten. Es war also doch was los. »Kick ut! Ist eins in Ordnung?« rief der Steuermann dazwischen. Die vier Matrosen guckten sich um. Dann fragten sie sich gegenseitig mit stummen Blicken, was das nun wohl wieder zu bedeuten hätte. Darauf torkelten sie nach vorn, wo wie gewöhnlich unser Oberbonze Christian Smoken mit Hein Quast philosophierte. Nun sah ich, der ich alles genau verfolgt hatte, wie alle fünf sich zusammendrängten und noch geheimnißvoller Taten. Ich verstehe mich nicht recht auf der Schriftstellern. Es ist nicht mein Handwerk. Ich bin Schiffsjunge. Doch kann ich wohl auch als solcher, so gut es geht, versuchen, was ich jetzt erlebt habe, niederzuschreiben. Ist doch mein Erlebnis so sonderbar, daß ich jetzt, wo ich wieder klar bei Verstand und auf festem Lande bin, eigentlich kaum mir den Mut habe, alles wahrheitsgetreu wiederzugeben, da es mir heute geradezu unnatürlich erscheint. Ich will es trotzdem versuchen. So fahre ich also fort und fasse mich kurz und bündig. Die Zustände an Bord waren gerade nicht die allerbesten. Unser Käpt'n Flint hatte sein Gesicht hinten. Das heißt so viel, daß er sich ständig umsah, die Lage zu peilen, ob Mutter Plumps ihm auch nicht auf den Fersen war. Mutter Plumps war seine ehlig angetraute Frau, vor der er einen höllischen Respekt hatte. Sie machte jede Reise mit. Käpt'n Flint behauptete allerdings, er nähme sie im Schlepptau mit, wie er sich ausdrückte. Was richtig genommen aber nicht stimmte, denn sie nahm ihn mit. Das Regiment auf unserer Brick hatte sie ganz allein. Nur die äußere Formalität, Seemannsbrief und Kapitänspatent fehlten ihr. Sonst wäre unser armer Kapitän ganz überflüssig gewesen. Infolge dieser Tatsache kann Käpt'n Flint in seinem Kummer um den Verlust seiner Autorität oft dazu etwas tief in das Grogglas zu gucken. Die Bezeichnung Mutter Plumps war natürlich ein Spitzname, den die Mannschaft ihrem zweiten, oder besser gesagt ersten Kapitän sinnvoll vermacht hatte. Sie plumpste nämlich in jede Angelegenheit hinein, die eigentlich Sache des Seemanns war, kam mit ihrer Wissenschaft dazwischen und wollte von Schifffahrt und Navigation mehr verstehen als wir alle zusammen. Schön war sie auch nicht. Ihre Figur sah einer großen Glocke nicht unähnlich. Ihre Nase war breit und nach innen gebogen, wie ein Schusterdaumen. Dazu hatte sie richtige Schellfisch-Augen. Lora, ein grüner Papagei, den sie abgöttisch liebte, saß ihr meistenteils auf der Schulter. Ich muß in meiner Erzählung weit ausholen. Wenn ich auch das Erlebnis meiner zweiten Reise schildern will, so muß ich doch auch von meiner ersten sprechen, da die Geschichte mit dieser im engsten Zusammenhang steht. Wir fuhren damals, es war im Sommer 1862, über Rotterdam mit einer Salzladung nach Kapstadt. Statt an die südliche Küste Afrikas zu gelangen, gerieten wir durch die navigatorische Wissenschaft der Mutter Plumps, die bekanntlich keinen Widerspruch duldete, in den Indischen Ozean. Das war ein tolles Stück. Bald wußten wir nicht mehr ein noch aus. Um unser Unglück vollzumachen, kam eine Flaute auf, die von einer solch ausgemachten Hartnäckigkeit war, daß die Segel unserer Brick fast drei Wochen lang im Lot hingen wie die Gardinen einer guten Stube. Der ungewohnte Anblick der endlosen und spiegelglatten Wasserfläche erfüllte uns mit fieberhafter Ungeduld und brachte uns beinahe zur Raserei. In Anbetracht dieser Katastrophe gab es nun eines Tages einen furchtbaren Krach. Zum ersten Male sah ich unseren Käpt'n Flint richtig in Fahrt. Erst brodelte es in ihm eine Zeit lang, und dann wetterte er los. Wir sahen Sterne und Funken fliegen. In seiner blinden Wut entriß er seiner Frau ihren umfangreichen Strickbeutel, in diesem hielt sie besondere Bücher und geheime Pläne verborgen, die sie diesmal bei ihrer Eigenmächtigkeit gründlich irregeführt hatten, und schleuderte ihn in hohem Bogen in den indischen Ozean. Ich breche bei dieser unvergeßlichen Tat unseres Kapitäns, die aber noch schlimme Folgen haben sollte, die Erzählung meiner ersten Reise ab, um dort wieder fortzufahren, wo ich aufgehört hatte. Helgoland war lange außer Sicht. Nun kam das weite Meer. Diesmal flößte es mir Angst und Schrecken ein, und ich zählte mit bangem Herzen die Tage, die wohl nötig wären, um Christians Sand unser diesmaliges Ziel zu erreichen. Dazu kam, daß die drückende Stimmung, von der ich anfangs berichtet hatte, nur noch fühlbarer geworden war. Meine hastige und unüberlegte Frage an den Schiffskoch, ob etwas nicht in Ordnung sei, hatte, indem sie von Mund zu Mund gegangen war, doch in einer Weise ihre Berechtigung gefunden, nämlich insofern, als doch etwas los war. Aber was? Noch stand die Mannschaft im Haufen beisammen und tuschelte, als unter ihr in der Kombüse, deutlich hörbar durch die Schiffsdielen, die etwas schlürfenden Schritte unseres Kapitäns hörbar wurden. Sie bewegten sich der Treppe zu, und bald darauf erschien er selbst an Deck. Es sei hier gleich gesagt, daß Käpt'n Flint ein feiner Kerl war, der sich mit uns Teerjacken unterhielt wie mit seinesgleichen. Ich las ihm bei seinem Erscheinen sogleich vom Gesicht ab, daß eine schwere Sorge in ihm lagerte. »Könners! Ein Wort von Mann zu Mann!« hob er an, indem er auf seine Leute zuschritt. »Aber, Glaube, steht Ihr bei uns nicht im Latein! Aber wir haben doch so was wie ein Säbendübel oder Klabautermann an Bord. Meine...« In diesem Augenblick erschien hinter ihm auf der Kommandobrücke mit erhobenen Armen und wirrem Haar wie das aufsteigende Unwetter seine Frau und schnitt ihm das Wort ab, daß es ihm förmlich in der Kehle stecken blieb. Während er hustete und prustete, hagelte es von oben Flüche und Verwünschungen. »Ha! Vergeltung! Ha! Genugtuung! Rache! Die Vorsehung übernimmt meine Rache! Ha! Macht Euch bereit! Die Seemöwe muß mit Mann und Maus versaufen! Heute Nacht, ja, heute Nacht geht's los!« »Wieso denn?« wagte Krishan Smoken in das Gefuchtel einzuwerfen. »Wieso? Kein Wesen kann ohne Seele leben, auch die Seemöwe nicht! Ihre Seele liegt weit von hier tief auf dem Grunde des Indischen Ozeans. Sie fliegt seelenlos dahin, um heute Nacht machtlos zu versinken.« »Bonnig gelehrt! Wat nu?« ließ sich Kuddelboderbrot hören. »Bedankt Euch bei Eurem Kapitän! Ihr warf mit frevelnder Hand meinen Strickbeutel ins Meer, in dem sich, umhüllt von alten Dokumenten und geheimen Schiffspapieren, die Seele unserer Brick befand. Ha! Vergeltung! Rache!« Mutter Plumps schrie wie eine seilende Möwe, und uns rieselte es dabei eiskalt über den Rücken. Eine Weile herrschte Totenstille. Dann meinte Etje Garn, »dat mankelte schon seit Hamburg nun hepp wie den Salat!« »Loth mir an Land mit den ewigen Spektaukel!« schimpfte Hein Quast. Johnny Schwarz riß seine Mütze vom struppigen Haar und warf sie vor seine Füße, daß es knallte. »Dat is ja Belästigung!« »Tch, dat is man so, wenn der Düvel Dormang ist!« erwiderte Wilhelm Koppers mit. »Alle Wetter und verdammt noch Maul!« so brummelte es von rechts und links. Nur Captain Flint sagte kein Wort. Er machte nur eine verzweifelte Miene, und seine ganze Haltung, als er davon ging, besagte, daß er sich uns gegenüber schuldbewußt fühle. Es war mittlerweile Abend geworden. Das Wasser floß in träger Zähigkeit dahin. Man hatte das Gefühl, es sei nicht Oktober in der Nordsee, sondern Tagesende nach heißem Mittag in irgendeinem südlichen Gewässer. Unser Schiff lag mit wenig Wind in der Dünung. Wir hatten unsere Arbeit getan und saßen zusammen auf dem Achterdeck. Aber keiner hatte rechte Lust, Tussnacken, oder gar zu lachen. Alles saß gedankenvoll da. Etje Garn spuckte über die Bordplanke und brach als erster das Schweigen, indem er den Rest seiner Gedanken laut aussprach. »Tja, kann mir so was eigentlich nicht vorstellen.« Hein Quast, unser Philosoph, hakte gleich ein. »Eine Seele kennt keine Entfernung. Nur der Strickbeutel, dat ist natürlich schweres Material.« »Wie war das, Hein?« fragte Johnny Schwarz. »Sprech dich doch mal klar aus!« »Jawohl, Hein Quast, fang doch mal von vorne an, aber deutlich und klar.« »Augenblick mal!« Christian Smoken gebot Ruhe. »Ich will euch verraten, was mir unser Kapitän in einer schwachen Stunde erzählt hat. Also von wegen Geheimdokumenten, Baubriefen und Taufpapieren mit zwarten Bändern. Stimmt eins. Und da ist auch ein Talersmann oder Talismann, wie so'n Ding heißt, ein Siegel mit verziertem Blechrahmen, wo draufsteht.« »De Seemöw hätt ne langes Nutt, doch ohne Mie geitze kapott.« Hein Quast meinte dazu, »Klar, es gibt Dinge unter der Sonne, von denen unser Schulweisheit nix wissen will.« »Dat heißt aber?« »Sich nix träumen läßt«, unterbrach ihn Bodderbrot.« »Wat datselbige ist«, »Hein Quast wurde laut, er ärgerte sich, verbessert worden zu sein. Ist doch allens ganz egal, etwas früher oder später ins Wasser, dat ist doch seemannslos. Und wie sind doch nummer allselüt.« Ein heftiger Windstoß, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ließ uns alle aufschauen. Ohne daß wir es bemerkt hatten, waren von Osten her dunkle Wolken aufgezogen, die wie schwarze flatternde Tücher über den Horizont flogen. In kaum einigen Minuten war es pechschwarze Nacht geworden. »Ägyptische Finsternis«, rief Kollenkaken von oben und griff in das Steuerrad. »Sagt man lieber indische Finsternis, dat paßt besser«, antwortete ihm Krishan. Doch der Humor sollte uns bald vergehen. Wir hatten kaum Zeit, Licht zu machen, als auch schon ein Sturm losbrach, der in seiner Gewalt selbst die sturm- erprobten Seemannshirne unserer Mannschaft mit Angst und abergläubischer Furcht erfüllte. Wir hatten alle den Kopf verloren. Kaspar Kollenkaken am Steuer kommandierte sich selbst. »Nord, Nord, West, Zwo, West!« Aber unser Käpt'n Flint war plötzlich erschienen und donnerte mit Stentorstimme in den Wirrwarr. »Beilegen, fixto!« »Mann, nicht so laut hier!« O weh! Mutter Plumps war auch da und schickte unseren Kapitän in die Kombüse. Nun waren wir verloren. Riesige Brecher, Wasserberge, Elfenbein schwarz wälzten sich uns entgegen. Orkanartig wütete der Sturm. Tau und zerbrochene Rahen gingen wie Spreu über Bord. Ich war die Treppe hinuntergesprungen, um Käpt'n Flint Bericht zu geben, steckte meinen Kopf durch die Klappe seiner Kajütentür und sah Käpt'n Flint, der sich krampfhaft festhielt und versuchte, sich einen Grog zu machen. »Käpt'n! Achter uns kommt ein mächtiger Kasten auf, mit großen gelben Lichtern!« »Jung, das gibt's nicht! Louv und Lee sind immer rot und grün!« »Käpt'n! Sollen wir beibiegen und uns aufnehmen lassen? Wir sind sonst verloren!« Ohne seine Antwort abzuwarten, lief ich wieder an Deck, um zu sehen, ob das fremde Schiff näher gekommen war. Der Schreck lähmte mir fast die Glieder. Es war ganz nah und hatte sich in ein mächtiges, drohendes Ungeheuer verwandelt, das mit leuchtenden Augen und etwa fünfzig Knoten Geschwindigkeit in unserem Kielwasser lag. Ich stürzte wieder hinunter, mein Herz klopfte mir bis zum Halse, steckte meinen Kopf durch die Klappe und rief, »Käpt'n! Ein mächtiges Seeungeheuer!« »Jung, das gibt's nicht! Seeungeheuer steht bei uns nicht im Latein!« Mitten in einer tollen Verwüstung saß Käpt'n Flint und trank Grog. Sein Gesicht war voller Ruß, glühende Kohlen waren aus dem Ofen gefallen und kollerten von einem Ende der Kombüse zum anderen, Zuckertopf, Mostrich, kaputte Gläser, Schott und Asche, alles kollerte mit. »Käpt'n! Ein Seeungeheuer!« stammelte ich noch mal und stürzte vor Angst schlotternd wieder die Treppe empor. Hier bot sich mir ein Anblick, den ich meinen Lebtag nicht vergessen werde. Von einem eigenartigen, schwefelgelben Licht beleuchtet, saß das gräßliche Ungeheuer, ein gerupfter Vogel in unausdenkbaren Ausmaßen, hinten auf dem Heck unseres Schiffes und klatschte mit seinen flügelartigen Schwimmflossen gegen die Bordplanken. Man konnte kaum in die gelben Teller großen Augen hineinsehen, so leuchteten sie. In seinem Krokodilsrachen, der mehr einem riesigen Entenschnabel glich, hielt er etwas Dunkles, das die Form eines Strickbeutels hatte. Vor diesem Phantom stand Mutter Plumps mit ihrem Papagei auf der Schulter und resonierte laut. Ich sah mich hilfesuchend um. Keine Sterbensseele unserer Mannschaft war zu sehen. Plötzlich schrie der Papagei auf. Mit einem Satz war ich in die leere Wassertonne gesprungen und ließ den Deckel über mir zufallen. Im Geiste sah ich schon Mutter Plumps mitsamt ihrem Papagei im Rachen des Ungeheuers. Ich stieß den Zapfen der Tonne aus und sah durch das Spundloch. Nochmals hörte ich den Papagei laut schreien. Nun sah ich den riesigen Seedrachen vor dem krächzenden Ton erschrecken, den Strickbeutel fallen lassen und hinten über das Heck weg ins Wasser plumpsen. Ich atmete auf und wollte aus meiner engen Umhüllung heraus, aber meine Kräfte verließen mich. Eine unüberwindliche Müdigkeit drückte mich nieder. Ich schlief in der Tonne ein. Als ich erwachte, war heller Morgen und der Sturm hatte sich gelegt. Vor meiner Tonne stand Captain Flint. Sein Gesicht war noch immer von Ruß und Kohlenstaub geschwärzt. »Jung, wie ist dat nu allens worden hüt' Nacht?« fragte er mit seinem tiefen Baß. »Captain, das vorsinnflutliche Seeungeheuer hat unserer Brick aus dem Indischen Ozean ihre versunkene Seele im Strickbeutel zurückgebracht. Weiter kam ich nicht.« Captain Flint lachte, lachte, daß es nur so brauste. Doch plötzlich wurde sein Lachen schrill und brach jäh ab. »Was war wieder los?« Fassungslos sah ich mich um. Da, da stand hinter uns Mutter Plumps, mit erhobenem Kopf und sieghafter Miene. Am Arm hing ihr der Strickbeutel. Als ich des Strickbeutels ansichtig wurde, dessen Verschwinden so viel Angst und Todesqualen gekostet hatte, holte ich tief Atem und schrie dann freudig auf. Hell lachte ich los, für einen Schiffsjungen vielleicht etwas ungebührlich laut. Die ganze Mannschaft fiel mit Johlen und Grölen ein. Unsere gute Seemöwe seilte mit freudigem Seemannslachen durchs Wasser dahin. Jetzt war meine eigene Seele wieder froh und meine alte Sehnsucht zur Schifffahrt wieder wach. Ich nahm meine Hand Harmonika und begrüßte das glitzernde Meer. Nun freute ich mich doch, daß wir noch einige Tage von Christians Sand entfernt waren. Johnny, der Chefsjungen S. Lä sympa S. Läumpen S. José